Musik Hat die Odyssee ein Ende? Ithaka liegt voraus Odysseus Juppi Wir können ja eine kleine Butterfahrt draus machen Morgen möchte ich mal richtig kurz sein Ne tief Lass doch was My rocky mountain Waiting for me I'm aware I'm aware I'm aware Creep out of news Drown by the sea I don't care I don't care I don't care I've seen a dream And I know All those golden bowls Dancing there Dancing there Musik 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 Die vier Navigationslichter sind auf der rechten Seite. Das heißt, du löst jetzt erstmal eine Seite, sodass du es dann locker rüberziehen könntest und hältst es in der Hand. Vorne Leine los und dann abstoßen. Geht nochmal auf die Leine los. Los, ein Kohl. Und noch dazwischen halten. Das war eine Kohl. Sehr gut. Das ist alles klar. 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 Das ist ein geiler Wind, oder? Das ist alles klar. Okay, wer wettet gegen mich? Der zieht vor uns noch vorbei. Nein. Du bist eine alte Pistli-Sauge. Los, los, los. Einsetzer. Ja. Also ich wett ein Bier gegen dich. Ich glaube, der nimmt uns genau auf die Hörner. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Der ist alles klar. Das ist alles klar. Untertitelung. BR 2018 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 Bist du okay? Jetzt frag dich nochmal, bist du okay? Ja? Oder nimmst du das Steuer? Okay. So, was du jetzt machst ist folgendes. Drehst du den Wind. Weißt du, wo der Wind ist? Der Wind ist Fädchen. Also da ist es hin. Und wir wollen in den Wind. In den Wind, also muss ich immer schön links. Also das ist ja dann Mist. Ja, guckst du mal bitte, ob aus dem Motor hinten Wasser rauskommt? Moment, ich muss das mal los. Hast du mal festmachen? So, dein Job ist es einfach nur, in den Wind gleich zu drehen, ja? Okay. Wenn er sagt, ja. Ja, sagst du ja? Warte. Also lösen und bisschen ranz hier noch. Okay. Da rechts hinten, da wo die Leute alle raufgereiert haben. Okay. Also wieder. Dann bitte die schwarze, du solltest die doch los machen. Ja, na, soll ich die eben ganz rum lassen? Ja, ja, ganz los. Ja, nicht, die kann da nicht abhauen. Und du machst jetzt, gibt es jetzt ein bisschen Fahrt. Ein bisschen Fahrt. Also, nach vorne? Nach vorne. Leicht. Und drehst einmal um deine eigene Achse, weil den Wind hast du mittlerweile von hinten. Okay. Habe ich Fahrt drauf? Ja, hast du. Okay, reicht es schon. Erst einmal drehen. Und jetzt habe ich... Was hast du? Was ist mit der Großschuhe? Die letzte erstmal. Erstmal müssen wir hier... Achso, die musst du heranholen, weil sonst haut der Baum ständig unter her. Aber es ist so schlimm. Übrigens, das war eine Halse, meine Damen und Herren. Glas? Ja. Und das kann ich selber machen. Was mache ich jetzt mit den schwarzen Leinen? Gar nichts. Gar nichts. Aber aufgepasst, oder? Der Gabelraum. So wichtig ist jetzt, dass du uns wirklich im Wind hältst. Das heißt, dieses Ding muss direkt straight nach hinten zeigen. Die rot-weiße Wiese hier. Das musst du entblockieren. Und jetzt zu zweit. Also, hier, dahinter. Und du? Jetzt zieht das Ding ein. Aber langsam, ja? Ich roll mir ein bisschen hinten am Mast. Ich mache jetzt auch auf die Großschuhe. Ja, und die Großschuhe muss jetzt auch los. Also, sowohl von der Windschuhe als auch... Oh, Lord, am I? Oh, Lord, am I? Troubles so high. Oh, Lord, am I? Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know my trouble with God. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020